Deutsche Memes, ZUNA! Ahoi auf dem Staffelsee! Die Regina und ich, wir machen hier übrigens keine Bootstour. Sag selbst, was wir vorhaben. Wir wollen den Sack versenken. Den hier. Sie sind unglaublich hässlich. Wie sehen Sie denn ohne dieses Kostüm aus? Noch hässlicher. Hahahaha! Bruder! Was macht der denn? Für ne Scheiße, Digga! Es ist so schmutzig, es ist so schmutzig, es ist so schmutzig, so schmutzig. Ich will es nicht mehr anfassen, ich ekel mich davon. Weh! 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 Unzählige Caps, Digga! Schuhe über Schuhe, Badelatschen über Badelatschen. Braucht man das alles? Nee, Diggi. Habe ich es trotzdem gekauft? Joa! Bereue ich das? Nö! Ist halt so, Digga! Was soll ich hier sagen? Aber ich habe das Gefühl, wenn die Bullen machtlos gegen dich sind. Hey, kuck bis hin! Hä? Kuck bis hin! Ey, kuck bis hin! Bist du nicht für Würstchenwerfer? Ey, leg die Würstchen weg! Lies mal vor. Äh, Fixi Hartmann. Gut. Wer ist das? Nochmal! Hör drauf! Sag den Namen nochmal! Fixi Hartmann, oder? Hä? Steht das? Stimmt das? Lies nochmal! Nee, komm jetzt reicht's! Papa! Fixi Hartmann! Ja, was ist denn da dran so wie schlimm? Fixi Hartmann! Was? Hör doch drauf! Wie heißt die? Fixi Hartmann! Stimmt! Du kannst nicht in der Schule verkacken, wenn du nicht zur Schule gehst! It's that simple! Und was Bruder? Was soll ich sagen Bruder? Gut, dass wir keine Spanier sind, Annie. Warum? Hä? Wir können doch gar kein Spanisch! Da bin ich aber mal auf ihn gespannt, wie der so ist! Oh, ich glaub das ist er! Ah! Ich hab gar nichts gemacht! Gar nichts! Ich hab nur eine Bier gedrungen! Eine Bier! Oh nein! Oh nein! Wie lange die Rakete gehen? Oh nein! Oh nein! Ich werd mit einer Rakete und trink ne blau! Ich trink ne blau! Ich trink ne blau! Oh nein! Und dann trink die ganze Pannade! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich trinke nicht viel Bier, aber heute ist es scheißegal. Nur Party. Nur Party bis morgen. Kein Schlafen. Nur Party. Schaut euch das wieder an. Wo hat euch das gescheitert? Was? Frau von meinem Stiefvater übertrieben hot finde. Männlich 20. Du findest die Frau von deinem Stiefvater extrem hot. Fühl ich, Digga. Die Frau von deinem Stiefvater ist deine eigene Mutter. Wat? Sweet home Alabama Papa? Jetzt wird der Spieß umgedreht. So mal. Hilfe! Dann gibt es drei Möglichkeiten für dich. Die erste Möglichkeit ist, du verpiss dich. Die zweite Möglichkeit ist, du verpiss dich. Und die dritte Möglichkeit ist, du verpiss dich. Männchen sind absolut widerlich einfach. Ungeduldig. Kannst du mir was versprechen? Ja. Dass du weiterhin so krasse Musik machst? Ah, danke. Ich bin echt froh, Herr Loredana. Ich war voll aufgeregt, bevor du gekommen bist. Ah nein, krass. Ich möchte eine Anzeige machen. Ja. Was ist denn passiert? Ich habe mir ein Juwelier überfallen. Was haben Sie? Ein Juwelier überfallen. Erzählen Sie nichts. Ja, Gott. Oh Gott. Nick, kommst du mal? Du kriegst mich raus aus der Straße. Doch die Straße nicht aus mir raus. Dena so lust. Dena? Du Fuchs. Dena so lustig. Dena so lustig! Dena so lustig! Dena do велик! Das wär genial! Kuckin' Finger lickin'